Herrschaften, hallo zu meinem Let's Play XCOM, Enemy Unknown oder Ufo Defense. Ich glaube Ufo Defense hat das erste geheißen. Ich bin gerade dabei, oder ich bin gerade fertig geworden mit der Ausrüstung meiner Typen. Ich werde denen auch diese Scanner schon in die Hand drücken. Mal schauen, ob ich was sehe, bevor ich noch rauskomme aus dem Schiff. Weil immerhin sind wir hier bei einer Rettungsmission, beziehungsweise eigentlich bei einer Terrorstation in Casablanca. Wir werden unsere Leute hoffentlich nicht in den sicheren Tod führen, aber auch das letzte Mal in Shanghai haben wir das relativ gut hingekriegt. Und dieses Mal haben wir den Tag auf unserer Seite. Okay, nichts bewegt. Okay, das ist nicht okay. Oh, die sind ja auch so. Nö. Ah, da ist auch noch einer Na gut Tja, das zu Iva Mist Schießen wir mal auf den Immerhin halten diese Sektoiden nicht allzu viel aus Hm Oh Ja, das war ja der Mist Ich habe gedacht, das war der Der Heavy Laser Dabei war das der Raketenwerfer Und ich habe mich gerade gewundert, was macht der Heavy Laser Okay Okay So siehst du ihn nicht Können wir da schießen Okay Versuchen wir mal Snapshot Auch nicht Gut, geh in die Knie Ach geht Gibt es hier wohl nicht, das wird er nicht Oh toll, wir haben gerade einen Menschen getötet Das haben wir gut gemacht Roman Morozov, du bist ein Schwammerl Das ist ja unfassbar Na gut Immerhin haben wir noch keines von diesem Hm Ah Was ist das? Das ist was anderes Ein Mini-Ufo Hm 28% Chance Oder 42% Ich glaube, das geht sich sowieso nicht aus Schießen wir mal da rüber Wenn wir das treffen Dann explodiert das Schade Was ist No Line of Fire Das ist nicht gut Hm Geh mal in die Hocke Und wenn es kommt, schieß drauf Hast du einen Line of Fire? Schade Das wäre zu schön gewesen Wenn wir das in die Luft gejagt hätten So Genau Stell dich da vor Mitten auf dem Präsentierteller Obwohl in die Richtung Haben wir jetzt schon Zwei Aliens erledigt Vielleicht haben wir Glück Und es kommt nicht noch einer Na ein paar Sätze hier wie Laser Okay Versuchen wir es mal mit der nächsten Runde Die Schieße sind ja von überall her Okay Wer von uns ist gestorben Interessanterweise scheinen alle noch am Leben zu sein Ah Da ist auch noch einer Ah da ist auch noch einer Dann schießen wir mal auf den hier Hey der hat das überlebt Ärgerlich Könntest du etwas besser schießen Ein Snapshot geht Na ja Na ja Okay Na zuerst du Schießen wir nochmal mit dem Ding Dann sind wahrscheinlich noch mal zwei Menschen tot Dann sind wahrscheinlich noch mal zwei Menschen tot Und dann sind wir schon mal zwei Menschen tot Und dann sind wir noch zwei Menschen tot Und dann sind wir noch zwei Menschen tot Hast du... Ja, hast du. Okay. Okay. So. Also. Ich schieße noch mal. Auf den. Na hey. Immerhin. Hm. Ah. Nein. Geh mal da her. Da stehst du dann nicht im Weg. Hm. Getroffen haben wir. Ja. So. 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 Okay, das scheint ihm ja nicht allzu viel anzuhaben. Du nimm mal die Granate in die Hand. Kannst du soweit werfen? Das kostet mich 45, das habe ich nicht mehr. Okay, na dann schießen wir vielleicht doch. Haben wir gerade unseren eigenen Typen getroffen? Ja, wir haben unseren eigenen Typen getroffen. Das war sehr, sehr gut, Idiot. Hast du noch einen Dings? Ja. Warum? Tja, hm, gegen die Knie. Schau mal, was der zeigt. Bist du wahnsinnig? Aber das Problem ist, er zeigt, glaube ich, auch uns an. Das heißt, wenn wir diesen Scanner verwenden, sollten wir ihn das nächste Mal erst anwenden, bevor irgendjemand von uns rumrennt. Mhm. So. Und noch ein Alien. Wo ist das Alien? Ah, da hinten. Uff. Treffen wir das von hier? Hm. Ja, es hat keine Wirkung. So, hast du... Nein, hast du nicht. Ah, da hinten ist ja auch noch einer. Stimmt. Gut. Den müssen wir auch noch erledigen. Nein. Nein. Na, geh. Komm schon. Wir sind so unfähig. Hm, jetzt wo wir den da hinten sehen, können wir da drauf schießen. Hm. Nein. No line of fire. Können wir jetzt drauf schießen? Hm. Schade. 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 Tja. Nächste Runde sind wir alle tot. Ich weiß das jetzt schon. Das wird so schrecklich. Keine Wunden mehr. Gut, äh, nicht gut. Auch nicht gut. Alle schon gegangen? Nein, wir werden alle sterben. Ich schieße auf den. Was heißt, not enough time units? Ich schieße auf den. Aaron Gates, du bist so ein Genialer. Sehr gut, sehr gut. Er kam, sah und schoss ab. Ich habe keine Ahnung, was diese Dinger machen können. Die überhaupt schießen? Okay, wir können auf jeden Fall nichts mehr machen. Ich hoffe, es ist keine Rakete. Oh doch, die können schießen. Oh ja, super, das war gut. Das war sehr gut. Wir schießen auf unsere eigenen Leute. So, aber jetzt. Keiner hat sich bewegt? Was? Kann ja wohl nicht sein. So. Schießen wir auf das Ding. Könnte das bitte kaputt gehen? Danke. Ah, das ist nicht gut. Das steht nicht gut da. Kann ich wieder drauf schießen. Geh in die Knie. Du hast getan, was du konntest. So, warte mal. Du hast eine Granate. Du hast noch 60 Units über. Ja, das geht sich aus. Und 16. Da ist ja noch so ein Ding. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. So. Und jetzt werfen. Hat er getroffen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Und du schieß auf das Ding. Oh, das ist da am Dach. So. Noch eine Rakete. Wow. So. Noch eine Rakete. Aimshot. Schauen wir mal, ob wir von deinem Aimshot hingehen. Und das Ding lebt noch immer. Das ist traurig. Hm. Jetzt habe ich den da geheilt. Und was macht ihr? Okay. Also wenn die sterben, nehmen sie alles mit. Gut. Das ist nicht gut, wenn die sterben. Bist du wahnsinnig? Ob wir davon viel noch finden? Oh Gott. Ist das schrecklich. Ich habe es befürchtet. Ein Korps. Einfach nur ein Korps. Tragisch. Achja. Achja. So. Diese Leute das überleben. So. Du schießt jetzt mal auf den da oben. Das ist no line of fire. Wie viel line of fire willst du denn? Ah. Das ist noch einer. Schießen wir mal auf den. Ah. Okay. Tja. Das war er. Wie viele sind jetzt schon gestorben von uns? Zu viele. Oh Gott. Oh. Oh. Matthias Müller ist ja auch verletzt. Wie das? Was? Oh. Shit. Hast du? Nein. Hast du nicht. Aber du hast Munition dabei und du schießt jetzt mal auf den da. Hm. Und es schaut nicht so aus als hättest du irgendeinen Schaden angerichtet. So. Du gehst da her. Und. Heilst mal. Ach. Nein. Okay. Bist du wahnsinnig. Du schießt. Du schießt. Du schießt. Baaam. Bist du wahnsinnig. Ja. Das war vielleicht ein Fehler. Da waren doch einige von uns im Weg. Puh. Das war knapp. So. Na immerhin. Drei haben wir von diesen dicken Dingen schon erledigt. Da ist noch ein viertes. Schauen wir mal, ob wir einen Snapshot landen können. Ah. Das war abzusehen. Das war's. Mehr haben wir nicht mehr. Oh Gott. Es brennt. Puh. Da sind noch immer Menschen, die leben. Vielleicht sollten wir weniger versuchen, die umzubringen, als die Aliens. Okay. An dieser Stelle, meine Herrschaften, werde ich jetzt mal wieder abdrehen. Ich werde dann gleich weiter aufnehmen. Schauen wir mal, ob wir mit weniger Verlusten als der Hälfte durchkommen. Bis dann. Tschüss euch.